die gruppenphase die erste partie ist angepfiffen wie ich direkt gut in den wettbewerb zu starten mal schauen wie es läuft auf jeden fall sony jetzt lewandowski dort der ballverlust lewandowski war das macht er gut auch sehr sehr der ball führer rüber da ist er zu früh losgelaufen war nichts übersehen abseits wie kann man sich das spiel mal schauen so was waren sie draus herz der schiedsrichter entscheidet auffordern jetzt ist er auf und davon hat durchaus sie ungefährlich aus gut geklärt früher stören jetzt das hat mir noch nie das ist sehr schön wobei lewandowski ich mache klasse täglich so nicht vorliegen dass die löschen und an ihm schießen weil man das geht in echt die letzte bei alexander war das hat mit dem war wollten sie auch unbedingt jetzt das zuspiel für lewandowski ist nicht wer so die linie kann klären nach dieser hereingabe welcher fußvolle jetzt hat er den ball jetzt geht es abstoß was aber sind die fansauer aus ihrer sicht musste es da elf meter geben wir freuen uns heute auf das debüt des neuen trainers ein leichtes debüt wird das angesichts der ambition des vereins das könnte die gelegenheit geben schöne aktion lewandowski jetzt ist der platz da lewandowski macht tonnummer 1 in diesem spiel da hat er also wieder mal zugeschlagen noch mal das tor in der wiederholung sie zieht den konter perfekt auf und hier sehen wir wir die gesamte abwehr einfach abhängt und wolf am ende hatte auch noch die ruhe den ball ganz cool im tor unterscheiden noch eine mit der arme dritte oder passen wessen mckenni die baller jetzt da passt auf sunny sehr gutes täglich das war wichtig aber was ich eine mit keine diskussion berechtigter freistoß hier war eine fertig liegen wir haben besten erkennen und es geht mit abstoß weiter aber es ist erst mal ich liebe es schnell ausbeteiligt einfach so durch zu rosten weil er eh so schnell ist die bayern im vorwärtsgang da der platz jetzt die flanke ja mit viel über sich waren die so will abseits ja weder einen moment länger wartet dann kann das was werden ich bin gespannt wie gut die teams hier schon in form sind diese schule in der vorbereitung sind ja auch tatsächlich wichtig ja hier schaffst du die grundlagen für eine gute saison umso besser dass sie hier auf starke teams treffen das ist ein echter gradmesser die mich sehr schönen was für eine technik mit diesem volley macht er das tor das ist natürlich eine überragende szene spielstand 2 0 im moment läuft es natürlich für sie ein fellzeige wäre es mir kennengelernt und nun alexandro da ist cristiano ronaldo was doch einfach hat jetzt noch mal die bayern Und jetzt einfach noch gehen. Hält jetzt erstmal den Ball. Den Ball holt er. Ich würde gern mit Hakim was Cooles machen zum Vorfluss in ihrer Vorlage. Zur Pause eine scheinbar beruhigende. Schöne Aktion. Der langsamste ist dann der und der wirklich ist eigentlich auch nicht. Ach, er lefteelt. Er lefteelt. Er lefteelt. thomas müller noch dann möchte man diese seiten also los geht's durchgang zwei kann beginnen 45 minuten also noch in diesem ersten gruppenspiel und nun danilo jetzt ist der andere verteidiger dran mit westen mckenny und er ist nämlich noch das heißt die wahl der oberung er ist nämlich auch schnell von zu den ladies so langsam wird es gefährlich kommt jetzt die vorteilung kriegt auch jetzt wird die auswechslung das war schon aus bayern münchen sie unterstützen gut und macht druck das war eine gute chance aber der ball wird abgeblockt ecke von die baller lieber geht auf nummer sicher faustet diese ecke erstmal weg doch einer hin guter einsatz von leon gorecka und dann noch das aktion ball ist weg der fc schalke will sich scheinbar verstärken gibt zumindest entsprechende gerüchte gibt aber nichts offizielles bisher insofern sollten wir nicht gerade neuer immer noch gefährlich der wert gut gekommen aber der spieler blockt den ball ab noch schön heimkost hat doch jetzt du glas costa sehr schön könnte in contra geben es war nicht den besten endspieler aber immer noch diese szene was macht er draus so gefahrbereinigt ball ist weg aus so einer konterschance müssen sie eigentlich mehr machen da kommen sie über paulo die baller tolles täglich vorliegen und jetzt 20 minuten auf der uhr mal sehen was ich auch die klasse einsatz aber auch an den ball mary de miral nun rense ball bei christiano ronaldo die baller ist ja auch hier ist er zur stelle gute defensivarbeit vorliegen schöne aktion thomas müller riesen chance will er dort gibt und da klingelt im kasten hier haben wir die ja anders ob sie das tor noch mal in der wiederholung zuerst der steilpass und dann wählte das kurze hekt richtige entscheidung er kann den keeper überliste so viel können wir zu diesem zeitpunkt wohl festhalten die partie ist so gut wie gelaufen alexander aber erin renzi zehn minuten sind noch zu absolvieren mit auge da haben sie jetzt platz am langen forsten ist lewandowski weiter gefahren abwehr das war sie die riesen zu was aber wir sind kein tor das kann den trainer nicht schmecken näher ist soweit alexander jetzt georgio kielini kielini sie geben den ball bis jetzt wieder ab klasse täglich das war kein voll alles klar und angezeigt jetzt eine minute nach spielzeit nein nicht in dieser partie die gastgeber holen sich hier also den sieg schöne aktion ich habe mich noch nicht verschont wer die und los geht sich verletzt oh mein oh mein ich auch nicht böse ich auch nicht sehr böses angebot warte ich bin dir ein tag vor hoher sieht nicht so aus barcelona naja das sehen wir dann die lewandowski nicht verletzt alles ok also das war's dann mit der folge auf verlasst gleich da lasst aber da glocke aktivieren schrägte ich euch auf jeden Fall zum nächsten Mal